Hallo und herzlich willkommen zur Eisbacke-Challenge. Klingt komisch, ist aber so. Ich wurde nominiert vom Alex. Ich befinde mich jetzt hier gerade in mein Badezimmer, weil ich leider keinen Garten habe wie der lieber Alex. Der Eimer steht mittlerweile schon in der Badewanne. Ich fange jetzt an und wünsche euch viel Spaß. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und los geht's! Also, es ist nur für euch. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das kalt! Oh mein Gott, ist das kalt! Wen nominiere ich jetzt? Ich nominiere jetzt Markus Marach für die nächste Eisbacke-Challenge. Ich hoffe, vorhin kommt auch ein tolles Video und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch weiterhin einen schönen Tag oder sonst auch was getreilt. Also, bis dann! Ciao!